3, 2, 1, Jump! Hallo liebe Freunde von Centroi21, jetzt wird es spannend. Wir ziehen die Gewinner unserer kleinen Pikulöchen hier. Ich mische erst nochmal durch. So, wir ziehen den ersten Gewinner. Uschi Reisenberg. Zweiter Gewinner. Rainer Bezgen. Und für die letzte, dritte Flasche. Jochen Völker. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Teilnahme und freuen uns darauf, dass sie den Gewinn bei uns abholen kommen. Überwacht wurde das Ganze selbstverständlich von Sammy und Leila. Und für die zweite, dritte Flasche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020